hi guys mein name ist david phillips und ich wünsche pablo und chris sonax alles alles gute für ihren fünf jahre mini club wünsche euch natürlich weitere fünf zehn zwanzig jahre erfolgreichen mini club und ich hoffe wir sehen uns bald wieder haut rein jungs viel spaß bis dann euer david hi marius lehnert von diskotronic hier ich wünsche euch chris und pablo alles gute zum fünfjährigen bestehen vom mini club und auf weitere fünf oder vielleicht gar 50 jahre lieber pablo lieber chris hier ist der benny von los pornos zu eurem fünfjährigen mini club jubiläum wünsche ich euch alles liebe und gute eine super party reinhauen und ich freue mich wenn wir uns auch demnächst beim mal wiedersehen bis dann hi ich bin der patrick kumke ich wünsche pablo suave und chris sonax alles gute zum fünfjährigen jubiläum des mini club ja ihr beiden alles alles gute zum fünfjährigen bestehen von eurem mini club ich kann mich noch genau an die party vor vier jahren erinnern die ich sehr 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 gute erinnerung habe wo ich bei euch gespielt habe und wie wir es beim warm up geschafft haben dass wir schon bevor der einlass war dass wir überhaupt gar keine getränke mehr im club bekommen haben und die ganze spügel voll mit gläsern stand und der barschäft ziemlich angepisst war nichtsdestotrotz war eine wahnsinnig coole party riesen spaß gemacht und ich wünsche euch noch weitere 50 500 jahre an so coolen parties wie die damals weitermachen wir das hi hier ist robin erte von das ohr digital happy birthday to fünf jahre mini club an chris sonax und pablo suave macht so weiter haut rein auf die nächsten fünf jahre keep on rocking und bleibt geil ciao big shoutout an meine freunde chris und tennis alles gute fünf jahre mini club kommt vorbei im november es wird sicherlich eine große party wie alle bevor ich hatte schon das glück zweimal dabei zu sein es war immer eine ehre mit euch zu spielen macht weiter was ihr macht es ist super was ihr für leute nach kirchheim und umgebung bringt definitiv die beste eventreihe in der gegend booking weiß leute weiß party weiß macht weiter und ich hoffe ich sehe euch bald wieder alles gute daniel hey leute hier chris hartweg aus dem level 6 in darmstadt ich wünsche pablo suave und chris sonax alles gute zu fünf jahren mini club gebt gas habt spaß lasst die sau raus ich war schon bei euch ich hatte meinen spaß gehabt ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder ich hoffe ich bin jetzt mal wieder ich bin zeitig Bis zum nächsten Mal.